Und heute sind wir beim Aschen-Unpacking von unserem ARB Stretcher Feldbett. Und schauen wir, was in der Packung ist. Jetzt kommt nun schon etwas entgegen. Und fertig. Schneller kann man den Knie schlafen. Wir haben hier noch eine Cargo Tasche mit Getränkehalter. Die kann man hier auch noch einklicken. Das Gestell ist hier silberlackiert. Wir haben eine feste Oberschläge. Eine wirklich große Freie. Ich schätze es mal. Da passt jeder bequem drauf. ARB-Tippel sehr robust. Und eine gut vernähte Innendasche. Ich schätze es mal. Ich schätze es mal. Ich schätze es mal. Ich schätze es mal. Nein, also. Vielen Dank.